Ulstein Verlag wirft Bestseller Hillbilly Elegy aus dem Programm Der Ulstein Verlag hat angekündigt, den Bestseller Hillbilly Elegy von J. D. Wenz aus dem Programm zu werfen. Dies kommt überraschend, da das Buch sowohl in den USA als auch in Deutschland große Erfolge feierte und viele Leser begeisterte. Die Entscheidung des Verlags wird damit begründet, dass sich J. D. Wenz über die Jahre politisch stark verändert hat und mittlerweile als Unterstützer von Donald Trump gilt. Diese politische Entwicklung stößt bei vielen Lesern und Kritikern auf Unverständnis und Kritik. Es wird spekuliert, dass der Verlag mit dem Aus des Buches auch ein Zeichen setzen möchte und sich von der politischen Haltung von J. D. Wenz distanzieren will. Es bleibt abzuwarten, wie diese Entscheidung aufgenommen wird und ob es Auswirkungen auf die weitere Karriere von J. D. Wenz haben wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.